An dieser Stelle bedanken wir uns heute einen großen Applaus bei dem Haus, dass es Musiker wie uns ermöglicht, auch an der Theaterbühne spielen zu dürfen. Ein großer Applaus für das Team von der Kommune Dresden. Und ein ganz besonderer Dank an die beiden Schauspieler, die heute den ganzen Abend uns auf der Bühne gesehen haben. Deswegen auch noch einen Sonderapplaus für Dorothea Kredi und Christian Kühn. Wie gesagt, wir spielen jetzt noch großes Kino bis Sonntag und ab Dienstag könnt ihr Dorothea noch mal sehen für sechs Tage in dem Stück Tussi-Paar. Also wenn ihr das noch nicht gesehen habt, schaut es euch an. Wenn ihr es schon gesehen habt, guckt euch im August den zweiten Teil an. Der kommt im August schon. Ich habe schon einen. Genau, gibt es jetzt schon was? Ich habe schon einen. Er hat einen Zicken-Zirkus, also eine ist schon weg, der Rest ist noch verkühlt. Also Dorothea noch im August zu sehen und zu Christian Kühn wollen wir auch noch separat was sagen. Er ist nicht nur der Intendant dieses Hauses und der Autor, der das Stück geschrieben hat, was ihr heute Abend gesehen habt. Er hat auch die Regie geführt und selber gespielt. Das heißt, wir haben Glück, dass er sich gleich komplett alleine gemacht hat. Großen Applaus für Christian Kühn.